Sommer bedeutet für jeden von uns andere Wetterverhältnisse, Temperaturen oder Seelandschaften. Die hochmoderne Produktentwicklung von Nokian Tires basiert auf einer mehr als 80-jährigen Erfahrung in der Branche, auf zielstrebigen Tests und auf einer ständigen Suche nach besseren Lösungen. Der nördlichste Reifenhersteller der Welt passt seine Produkte sorgfältig an verschiedene Regionen an, weil je nach den vorherrschenden Verhältnissen unterschiedliche Anforderungen an die Reifen gestellt werden. Aus eben diesem Grund testet Nokian Tires seine Vorreiterprodukte an verschiedenen Ecken der Welt. Wenn Tests, Produktentwicklung und Produktion innovativ und effektiv sind, erhält man Testsiegerreifen, auf deren Funktionalität und Qualität man sich in jeder Lage verlassen kann. Eine enge Zusammenarbeit mit führenden Autoherstellern gewährleistet, dass die Produkte die neueste Technologie optimal nutzen. Unsere Kraft in Sammaterial-Testing ist unkompromissive Know-how und unglaubliche Innovativen. Neben dem Ivarlo-Testzentrum, das dem Testen von Winterreifen gewidmet ist, erforscht und entwickelt Nokian Tires seine Sommerreifen auf seiner Teststrecke in Nokia. Die in der Nähe des Werkes von Nokian Tires gelegene moderne und vielseitige Strecke bietet die Möglichkeit zu außergewöhnlich flexiblen und präzisen Produkttests. So gehören beispielsweise die Testsysteme für nasses Wetter und Schneematt der Nokian Teststrecke zu den besten der Welt und die dort gewonnenen Informationen führen zur Entwicklung von Reifen, die immer besser, sicherer und umweltfreundlicher werden. Die Tests dieses Experten für extreme Verhältnisse zeichnen sich durch ihren Pioniergeist und durch ihre Liebe zum Detail aus. Die Reifentester und Entwickler suchen und nutzen vorteilsfrei die besten Methoden für die Analyse und das Sammeln von Informationen über anspruchsvolle Fahrverhältnisse, Gummimischungen und Reifenstrukturen. Jedes Jahr testen wir unsere Reifen über mehr als eine Million Kilometer unter authentischen Straßen- und Wetterverhältnissen. Jeder Kilometer bringt uns Innovationen auf dem Gebiet der Sicherheit und des Fahrkomforts näher, die sich Premium-Reifen von gewöhnlichen Reifen unterscheiden. Es ist kein Zufall, dass die Produkte von Nokian Tires vielfache Testsieger sind. Dank der Tatsache, dass wir unseren ganzen Ehrgeiz, unsere Innovationen und unsere nordische Entschlossenheit in die Tests und die Produktentwicklung stecken, schaffen wir Spitzenprodukte, mit denen sie sicherer, komfortabler und umweltfreundlicher fahren. Wir testen für Sie.